hallo leute und willkommen hier bei me applecat ich weile wieder unter den lebenden jawohl das muss gefeiert werden und gleich mit einem video zu ios 13 der beta 4 der developer beta 4 um genau zu sein kommt jetzt alles ein bisschen verspätet aber wenn man flach liegt dann liegt man eben flach also schauen wir mal rum was steckt denn so drin hier in der developer beta ich hatte übrigens 100,78 gigabyte frei vor dem update und hinterher 101,87 das heißt ich habe hier ja fast ein ganzes gigabyte wieder freigeräumt bekommen mit dem download hier der developer beta 4 das passiert ja manchmal wenn hintergrund sachen gelöscht werden und keine ahnung auf jeden fall ein bisschen was haben wir dazu gewonnen so ein schönes thumbnail habe ich dazu auch schon gemacht schauen wir uns die software mal an und wir starten einfach mal mit dem user interface und zwar ganz speziell hier mit 3d touch 3d touch eine aussterbende gattung leider obwohl ich das sehr mag ich benutze das gerne und auch des öfteren aber apple wird das ja ersetzen durch dieses haptic touch aber das ist ein anderes thema was ich euch zeigen will sie haben hier bei der optik was geändert und zwar bei diesen menüs die dann kommen wenn man den 3d touch auf ein icon macht denn die schriftgröße wurde zum einen geändert und das ganze ist ein bisschen kompakter alles geworden also vorher war das vom menü her doch eher schon größer und das zieht sich hier durch die ganzen system apps hindurch wenn man da mal drüber schaut das sieht alles ein bisschen kompakter aus und die schriftgrößen ja die wurden hier entsprechend dann angepasst und alles ein bisschen zusammengeschoben aber sie haben ja auch neue funktionen hinzugefügt wenn ich aber den einstellungen mal 3d touch mache habe ich hier eine neue menü funktion und zwar apps neu anordnen und dann komme ich hier in den wiggle modus rein und sonst muss man das ja immer hier so gedrückt halten und dann ja ihr seht schon da kann es auch mal zum 3d touch nämlich kommen denkt genau deswegen na das ist aber auch ja jetzt habe ich es geschafft ich glaube genau deswegen weil das hier so fummelig ist auf den 3d touch geräten ihr seht schon ich kriege das hier nicht jedes mal hin obwohl ich noch ganz zart drauf gehe haben sie wahrscheinlich hier apps neu anordnen dann hier ja ins menü mit eingepflegt außerdem haben sie die anordnung der menüpunkte hier ein bisschen verändert die batterie ist jetzt unten bluetooth oben und ein bisschen hin und her geschoben genug über die einstellungen gesprochen gehen wir mal rein dann auch da hat sich was geändert zum beispiel hier oben diese suchbar die ist jetzt viel deutlicher zu erkennen da hier mehr kontrast reingebracht wurde die suchbar ist jetzt mehr so ein dunkles grau und der hintergrund ist dann richtig schwarz das war vorher fast alles komplett schwarz so dass das nicht ganz so gut zu erkennen war außerdem haben sie hier zwischen den verschiedenen menüblöcken ein bisschen mehr abstand dazwischen gepackt so dass das einfach noch ja ich sag mal strukturierter aussieht würde ich mal sagen ja wir finden auch eine änderung in den mitteilungen denn wenn ihr mal schaut hier unten das symbol für diese diktierfunktion das war vorher immer so ein kleines mikrofon und wurde jetzt hier durch so eine ja durch so eine wellen animation oder so eine wellen optik ersetzt wenn ich jetzt mal drauf halte dann sieht man auch hier wie die wellen dann umlaufen und wenn ich dann los lasse dann könnte ich ganz normal hier oben abschicken oder nochmal canceln also da haben ein kleines neues symbol für die diktierfunktion auch hier bei der watch app gibt es was neues wenn ich die mal öffne und wir gehen hier unten auf die app store sektion drauf gibt es auch dort was neues das sieht jetzt anders aus wie vorher da haben sie ein bisschen was dran verändert gehen wir mal rüber zu den widgets und gehen ganz nach unten dort gibt es ja den punkt bearbeiten der war vorhin immer rund und ist jetzt ja nicht mehr rund gehen wir mal in die uhren applikation rein und da unten auf die schlafenszeit denn da gibt es auch einen neuen splash screen der sieht ein bisschen anders aus wie der alte aber ansonsten hat sich dann nichts geändert gehen wir noch mal zurück zum 3d touch denn da gibt es auch was in den einstellungen in dem menüpunkt nämlich wo man den konfigurieren kann lass mich kurz schauen wo ist er denn unter bedienungshilfen und dort gibt es den punkt tippen und dort finden wir dann hier den neuen punkt 3d und haptic touch und kann das dann ein und ausschalten also sie haben hier schon mal das ganze namentlich umgeändert nicht nur 3d touch sondern auch haptic touch das ist ja das wo keine hardware mehr dahinter steckt die wirklich erkennt wie fest man reindrückt sondern einfach nur längeres draufhalten und das wird die ganze geschichte dann später ersetzen leider und da sehen wir schon dass das ganz deutlich in die richtung geht und wir haben dann auch hier unten so zum ausprobieren ja so ein bild ja für diesen peak und pop und das bild ist neu das ist eine andere blume als das vorher der fall war und wir haben hier auch die möglichkeit die touch dauer zu ändern von schnell auf langsam ich habe jetzt mal auf schnell stehen schon immer so ja jetzt mal auf langsam ja die ist schon also langsam ist schon echt lahmarschig nee das ist viel zu langsam konnte man vorher aber gar nicht verändern das sind auch ein paar neuerungen was auch noch mal erwähnenswert ist ist die performance hier von ios 13 das läuft alles hier super flott und flüssig also da haben sie echt noch mal dran gearbeitet dass das alles unglaublich schnell funktioniert und achtet mal darauf sie versprechen ja bis zu 30 prozent glaube ich schnellere app start zeiten und ich lösche jetzt hier mal alles aus dem hintergrund raus dass ich hier gar keine app mehr offen habe und wir schauen mal ob das dann wirklich dermaßen schnell funktioniert denn zumindest die system apps also die apps die apple selbst hier aufs iphone bringt die sind schon dafür optimiert und achtet mal drauf ich habe hier nichts mehr im hintergrund laufen und öffne mal die einstellungen und ja die sind quasi instant da also sofort gehen wir mal hier in die fotos rein auch da sind wir sofort drin genauso dasselbe hier bei den erinnerungen zum beispiel da kommt sogar noch ein neuer splash screen hoch oder mal hier die notizen ja die haben einen kleinen moment gedauert also das läuft echt schon ziemlich schnell und gefühlt würde ich sagen auch einen ticken schneller als das vorhin der fall war oder in den früheren versionen der fall war also da von der geschwindigkeit her haben sie echt was verbessert jetzt müsst ihr mal ganz genau hinschauen wenn ich hier einfach die lautstärke aufrufe und gerade in dem moment wo das noch so breit ist aber vorher immer so ein kleiner schatten der dann auf das app icon dort gefallen ist und der schatten der wurde entfernt das sieht jetzt einfach ja cleaner aus sauberer aus und ja der schatten der hat irgendwie optisch ein bisschen gestört aber wenn es so klein ist dann hat man den eh nicht gesehen ich mag ja das neue volume hat also viel besser als das was immer hier mittendrin erschienen ist ist eine schöne sache was haltet ihr denn davon findet ihr das hier gut oder denkt ihr das hätte man noch schöner lösen können hier oben zum beispiel in der status bar dass man da eine kleine anzeige sieht wie es von vielen tweaks gibt lasst es mich mal wissen ob euch das hier auch gut gefällt ich finde das ist ganz schön gelöst vor allem weil es ja dann hier so schön schmal wird und dann gar nichts mehr überdeckt und der erste moment wenn es dann so breit ist der ist ja auch dafür da dass man sich das dann hier greifen kann und dann mit dem finger noch verstellen kann zum beispiel ich finde es ganz nett was denkt ihr denn auch bei dem reachability feature wenn man hier das ganze display ein bisschen nach unten bringen kann so gibt es was neues denn wir können jetzt hier schon ab der mitte des bildschirms das kontrollzentrum runterziehen und dann können wir das dann schon hier sehen und das ist vorher nicht gegangen da konnte man einfach nur hier reachability machen dass man hier besser an die apps dran kommt aber das kontrollzentrum konnte man von hier nicht runterziehen beziehungsweise nicht das kontrollzentrum die mitteilungszentrale im kontrollzentrum hat sich aber auch was getan besonders hier bei dem sprachmemos app oder bei der sprachmemos app wenn ich da mal ein 3d touch drauf mache hier kommen gar nicht los heute nur 3d touch dann seht ihr jetzt hier die funktion ich habe jetzt zwei aufnahmen und da ist jetzt hier so ein play zeichen daneben und das war vorher ein anderes symbol ich weiß gar nicht mehr genau welches auf jeden fall dieses play zeichen hier das ist neu und finde ich auch sehr verständlich gehen wir noch mal in die einstellungen in den punkt wo man sich einen neuen hintergrund ein neues hintergrund bild auswählen kann und das wäre hier beim hintergrund bild und dann gehe ich mir hier auf neuen hintergrund einzel bild und wähle hier mal eins der neuen bilder aus der neuen wallpapers dann hat man ja hier unten diesen runden button wo man dann zwischen tag und nacht ansicht wechseln kann also zwischen dark mode und normal und wenn ich den vorher gedrückt hatte noch in der beta 3 dann ist er einfach nur immer umgesprungen auf diese neue ansicht und wenn ich jetzt hier drauf drücke dann gibt es so eine zarte animation so ein kleines überblenden ja also ihr seht schon da wird ganz ganz kleinteilig gefixt damit einfach ein bisschen schicker und netter aussieht bei der beta 4 können wir nun auch wenn wir hier ein video am laufen haben das video direkt als favorit markieren oder auch sofort löschen und vorher war das nur möglich wenn man hier auf pause gegangen ist also das kann man jetzt auch machen während das video hier wieder gegeben wird bei fotos wenn man da unten auf das teilen geht gibt es auch eine schöne neue animation die uns dann hier in das menü bringt um dann fotos oder videos zu teilen also das sieht echt nett aus also mit animation hat es apple ja also das finde ich immer wieder schön wie sie das umsetzen und wenn wir hier schon mal drin sind schaut mal hier oben auf das x ja das ist ein bisschen größer und dicker geworden und wir bleiben noch hier beim teilen menü wenn ich da mal runter gehe dann haben wir hier die ganzen möglichkeiten wo wir jetzt hin teilen können wo wir speichern können wo wir hinschicken können und ganz unten gibt es den punkt verwalten aber wenn ich darauf gehe dann kann ich hier keine menüpunkte mehr aktivieren oder deaktivieren die sind alle aktiviert automatisch ich könnte die nur hier dann eben noch mal mit der anordnung verschieben und halt eben so sortieren wie ich sie gerne haben möchte aber ich kann hier nichts mehr deaktivieren und alle die mit der beta youtube schauen können sich jetzt hier wieder entspannt zurücklehnen denn der bug dass hier youtube öfters mal beim verkleinern des bildes hier einfach eingefroren ist oder abgestürzt ist der wurde hier in der beta 4 auch behoben also youtube funktioniert jetzt hier wieder ganz normal und in apples karten app wenn man dort die navigation startet und man wird von einem punkt zum anderen geleitet bekommt man jetzt hier auch ampeln angezeigt also nicht ob die gerade grün oder rot ist aber ob da ampeln sind und wo die nächste ampel auf einen wartet ist auch eine gute sache vor allem dann kann man noch entspannter fahren man weiß da hinten kommt eine ampel ich lass schon mal ein bisschen rollen also finde ich gut geht allerdings erst mal nur ja wie so oft in amerika freunde und noch nicht hier bei uns wird aber kommen tja und das wäre es erstmal mit den neuen funktionen die ich hier so gefunden habe oder den kleinen änderungen wie immer es gibt bestimmt noch viel mehr aber man kann hier echt nicht immer alles finden so jetzt gehen wir noch mal in den geekbench rein denn ich habe natürlich den benchmark laufen lassen und wir blicken mal drauf die beta 3 die hatte einen wert von 3.308 im single core und 6.083 im multichore und die beta 4 hat 3.496 im single und 5.981 im multichore was für uns bedeutet wir haben im single ganz ordentlich zugelegt also fast 200 punkte und ein klein bisschen so knappe 100 punkte im multi core dafür verloren also nicht mal 100 punkte finde ich eine positive entwicklung kann man auf jeden fall so weitermachen so freunde das wäre es gewesen das war alles zu ios 13 beta 4 jetzt gibt es noch einen kleinen überblick über 1 12.4 beta gott ich weiß gar nicht mehr ich hole mal das gerät da ist es wir wechseln vom iphone 7 nochmal zurück zum iphone 6 und zu ios 12.4 developer beta 7 habe ich schon fast vergessen welche nummer das war es gibt hier echt eine ganze menge apple schiebt hier immer wieder eine hinterher und macht noch mal ein paar verbesserungen ich hatte vor dem update frei 17,36 gigabyte wie ihr hier sehen könnt und hinterher hatte ich frei 21,44 gigabyte also die software die hat man hier richtig aufgeräumt auf meinem gerät also schauen wir mal rum was gibt es neues kurzfassung nix es gibt mal wieder nichts wirklich zu berichten außer natürlich mal den geekbench den habe ich drüber laufen lassen ich sag es ja immer wieder apple ändert hier nichts mehr die machen nur noch kleine anpassungen weil das hier eben die version wird auf der viele geräte oder das heißt viele geräte iphone 6 und alles unten drunter auf der die hängen bleiben werden und da muss die natürlich so gut wie möglich sein und die einführung der apple card also der virtuellen kreditkarte von apple die wird hier in der software eben auch noch vorbereitet das wird ja im september dann alles zusammen erscheinen wie es aussieht so also gucken wir noch mal rum was hatten wir denn hier gehabt in der vorherigen beta hatten wir 15,96 und 2,754 und jetzt in der beta 7 haben wir 15,94 und 27,27 im multichore heißt wenn ich mal genau drauf schaue ja eigentlich gar keine veränderung ja kann man so lassen da hat sich gar nichts großartig verändert ihr seht schon da wird nicht mehr an der performance geschraubt gar nichts nee da wird nur noch in ganz ganz kleinen bereichen hier die verbesserung vorangetrieben kleinste fehler ausgetrieben ein bisschen was vorbereitet für die neue software oder die neuen funktionen die noch mal kommen mit dieser apple kreditkarte und das war es dann auch schon und das war es dann auch schon mit dem video freunde ios 12.4 beta 7 und ios 13 beta 4 das waren mal die ganzen infos die ich jetzt hier raushauen kann für euch ich hoffe euch hat es gefallen und wir sehen uns beim nächsten mal hier bei me apple cat macht's gut hallo leute und willkommen hier bei me apple cat oh luis man man